Ja, hallo geht, hier ist John Merrick, ich schaue mir jetzt das Match an, das du mir gerade geschickt hast. Ich habe es bereits ingame bei 5 Sekunden pausiert, dann werde ich 5 Sekunden Pause in 5 Sekunden aufheben. Gehe also ingame, pausiere bei 5 Sekunden, gehe auf den Desktop und dann die Audio-Datei pausieren. Und dann wieder richtig fortsetzen. Fortsetzen in 5, 4, 3, 2, 1, los! Wir haben 6 Sekunden, 7 Sekunden, 8 Sekunden, 9 Sekunden, 10 Sekunden. Seemoa, westliche Armee gegen östliche Wehrmacht. Du machst einen 2-Pyro-Start, baust die Baracken richtig, passt so. Gib den anderen gleich Cap-Order nach Süden am besten. Cap-Order nach Süden spricht das Allerwichtigste. Du hast mir geschrieben in der PM, du wendest als Armee das an, was ich Don't Stails für Wehrmacht erklärt habe. Naja, direkt übertragen kannst du auch nicht, Armee muss halt mehr Map-Control haben als Wehrmacht in der ersten Hälfte des Spiels, um dann aus einer starken Position raus zu versuchen, dem Gegner beziehungsweise das Midgame fertig zu machen, weil je länger das Spiel dauert, desto schlechter wird es für Armee gegen Wehrmacht. Weil der Gegner einfach das gekaufte Wettkrieg für alle Truppen, muss dafür nicht extra kämpfen. Deshalb solltest du schauen, dass du im Midgame spätestens das Spiel beendest. Nicht ins Lategame kommen lassen. Du kannst dann sowas wie Panther kannst oder in Doktrinen unabhängig nicht mehr kontern. Aber deshalb wird es immer ein Problem für Armee, wenn es ins Lategame geht. Gut, du brauchst Rivals, bisher nichts falsch. Manche lassen die 10er Munition in der Ecke erstmal weg und gehen gleich in die Mitte. Cap Order unbedingt für diese Pirates, die den 10er Sprit eroberten haben. Die Händelstunde eine Cap Order geben müssen. Shift gedrückt halten und noch mehrere Depots in Auftrag geben. Nein, niemals jetzt schon Outpost bauen, niemals jetzt schon. Viel zu früh, viel zu früh. Nach dem dritten Squad oder nach dem zweiten. Niemals nach dem ersten. Niemals, viel zu früh. Jetzt hast du überhaupt nichts auf dem Feld. Du hast bloß einen Rifle Squad, das reicht nicht. Wenn der Gegner ordentlich Druck macht, nimm dir die gesamte Mitte. Das ist auch nochmal 10 Sprit. Der Gegner kann deine Schwäche ausnutzen, dir die gesamte Mitte nehmen. Dann kriegt er noch die 10 Sprit, die in der Mitte sind, also oben und unten. Dann kriegt er die noch dazu, dann bringt er den Outpost gar nichts. Also nur 2 der Mampa rausgeschmissen, kriegst du im Endeffekt weniger als der Gegner. Das ist noch zu früh für Outpost. Im Tour vs. Tour reichen 2 Einheiten, die du bringst und dann Outpost. Im One on One würde ich fast 3 Einheiten und dann Outpost empfehlen. Also ich finde es einfach zu krass. Wenn in der Mitte nennenswerte Depots sind, die du kriegen musst mit deinen Einheiten, dann würde ich Outpost zu früh lassen, weil du dann diese Depots eben nicht mehr kriegst und bloß für Manpower ein einziges mit Outpost und das reicht nicht. Der Gegner ist ein Idiot, dass du in dieses Haus reingehst, um gegen deine Rifles hier zu kämpfen, hat er bloß ein Fenster, dieser Noob. Da würde er sogar drauf gehen, wenn du einfach stehen bleiben würdest und ihn rausballerst auf Short Range. Da würde er sogar da drauf gehen, wenn er nur ein Fenster hat. Aber niemals so früh Outpost. Was würdest du gegen Wehrmacht bringen? Früh eine Macht. Der ist gegen Wehrmacht nicht wirklich so toll. Also die haben halt mit ihrem stärkeren Shrek und mit der Super Pack können die den viel zu gut kontern eigentlich. Frühe Bar. Dann ist das Problem, dass dir die Manpower fehlt, die du in den Outpost eingesteckt hast. Das heißt, dann hast du vielleicht zwei, alle höchstens drei Riflesquads. Eher zwei und dann hast du bloß zwei Squads, die abgegradet werden. Das bringt nicht viel. Jetzt ist es eine Minute, drei, du hast gerade mal das zweite Riflesquad auf dem Feld. Der Gegner hat jetzt schon drei Man-Infantrie-Squads. Du kannst dieses, was du hier oben alles einnimmst, kannst du noch mal niemals halten, wenn der Gegner es einigermaßen vernünftig anstellt. Weil du passt einfach weniger Kampfeinheiten. Du hast noch mal Drittel weniger und jetzt liegst du auch noch in der Suppression drin. Jetzt sei froh, wenn du ohne Folione-Kill rauskommst. Ja, Folione-Kill, verdammte Scheiß, ist auch klar. Dir fehlt die Kampfkraft auf dem Feld. Niemals nach dem ersten Squad Outpost. Dann hast du T1 auch für den Arsch gebaut irgendwo. Weil du dann mit T1 eine einlässt und dann erst mal zwei Minuten gar nichts machen kannst. Oder eine Minute, das ist eher eine Minute. Jetzt bist du wieder in den Sperrverein. Achte auf die ungefähr Reichweitsheim. Geht es mal, 40 sofort zurückziehen hier. Sofort zurückziehen, sofort zurückziehen. Jetzt ist absolut klar, dass du überhaupt nichts zerreißt. Verpiss dich, Mann. Verpiss dich, die massagrieren dich. Ja, viel früher hätte ich es da bauen müssen. Sofort, wenn du unter Suppression kommst, du folgst, der herkommt, gibt es überhaupt keine Debatte. Da haust du sofort ab. Ist es klar. Weil du, ist es klar, du wirst den Kampf verlieren. Je länger du erlust, desto mehr Verlust du kriegst. Du Gegner kriegst gar keine. So ein Kampf haut es sofort ab. Wenn es heimgehe dich nur suppressed und der Gegner nix da hat, um deine Raffles zu finischen, dann können wir darüber reden, dass du irgendwo in Deckung robst oder schaust, dass du wegkommst. Aber nicht, wenn der Gegner was da hat. Flamer nicht alleine einsetzen. Entweder kommst du zu einer Suppression oder folgst Ballern dich so über den Haufen. Die Suppressen sogar, wenn es alle auf einmal schießen. Ja, Gegner kämpft lieber anstatt zu kämpfen. Okay, dann geht er jetzt drauf, der Noob. Aber der Outpost war ein Riesenfehler. Jetzt entwickelst du Nades. Ja, das ist doch Unsinn. Du schwimmst in Sprit, entweder teigst auf Sherman oder Bar. Aber jetzt Nades zu kaufen, wo du nochmal 50 Sprit jederzeit verfügbar hättest, das ist doch Unsinn. Wenn du viel Sprit bekriegst, dann musst du auch irgendwas kaufen oder machen, was viel Sprit braucht. Und es sind im Regelfall frühe Fahrzeuge. Ja, hättest du halt mit dem Palaziar Cap fertig und verpiss dich dann. Wenn du viel Sprit kriegst durch so einen Outpost, dann mach was, was auch viel Sprit braucht. Und Nades sind eben nicht etwas, was viel Sprit braucht. Noch dazu kommt, dass du etwas entwickelst für Einheiten, wo du nur zwei auf dem Feld hast. Eine hast du verloren und eine ist gestorben. Eine hast du verloren und eine hast du nachgebaut. Du hast zwei. Du wirst mit diesen zwei Squads im Vertrieb nie viel reißen die nächsten drei, vier Minuten, bis du nochmal zwei Rife Squads auf dem Feld hast. Deshalb, wenn du so was Spritmäßiges machst, dann tage sofort auf Panzerdepot, meiner Ansicht nach. Panzerdepot oder frühen T-17. T-17, ganz frühen T-17. Ja, was soll denn das mit Raps? Ja, Nades, wirst du nicht umbringen. Ja, er lebt immer noch. Deine Leute gehen nur drauf. Hat sich jetzt nicht rentiert. Ja, okay, ein Mann hat er noch. Schön, er hat es zumindest von unten noch angegriffen und das HMG gefinished, aber ich wäre hier auf Panzer gegangen. Du gehst jetzt zwar auf Panzer, aber die kommen auch nicht mehr früher, der Gegner wird packt dagegen haben. Der Sprit ohne Ende kriegt, hat auch ein Outpost gebaut, aber wahrscheinlich viel später als du. Jetzt unterstützt er sich nicht. Hat keine Flampires da, um diese Situation hier zu klären. Ja, bleibt da stehen und ballert ihn auf Short Range raus. Geh er nah ran. Oder in grüne Deckung. Ja, aber entscheide dich mal. Der Gegner hat nur ein Fenster, wird diesen Kampf verlieren, egal was er macht. Aber wenn du nicht zurückschießt, dann klappt das hier auch nicht. Genau schießt. Ja, du kriegst ihn. Drossel nur ein Fenster hat. Nur ein Viertel der Kampfkraft ist auch vorhanden. Ja, was willst du mit dem Pyro Star? Du gehst nur drauf, Mann. Entweder nach unten, wo die anderen schon stehen. Jawohl, Flamer muss her, genau. Flamer muss her. Ja, so schaut's aus. So ist gut. Trotzdem ging HMG 42 auf offnem Feld anlaufen, was du da gerade gemacht hast. Ja, schön, Vollunikill. Auf offnem Feld anlaufen mit den Rifles und schauen, dass du nade wirfst. Das würde ich generell lassen. Würde ich generell lassen. Das ist zugewagt, weil du kannst nie genau sagen, wann du suppressed wirst und bei der ersten, bei der zweiten Salve und ob die Kaida noch funktioniert, ob du weiterentkommen kannst. Jetzt habe ich das lassen. Mit diesem Squad einen Nade in Auftrag zu geben, das kannst du dir gleich schenken. Dann lass lieber einen Squad in Sperrfeuer reinlegen. Ihr Gegner mit seinem HMG viel zu offensiv. Dann leg dich lieber mit einem Squad in Sperrfeuer rein und greif von oben und von unten mit Flamepayers und anderen Rifles. Dann hast du ja auch gemacht. Das war schon nicht falsch. Was macht der Gegner hier für einen Schwachsinn? Okay, jetzt zwei CP, aber jetzt brauchst du 80 Experience, Sponsor-Staff von 60 für den nächsten CP, deshalb würde ich jetzt dann auch wählen. Also du wirst offensichtlich sofort auf T4 durchgehen, aber Bedenke gegen bessere Gegner. Bedenke unbedingt. Gegen bessere Gegner funktionieren Nades nicht so gut wie gegen den Typen hier. Und dann verzögerst du deine Fahrzeuge durch die Nades, aber die Nades reißen uns nicht raus gegen gute Gegner. Und du hast zu wenig Infanterie auf dem Feld. Ja, was macht der Trottel denn Sturmgranaten? Super gegen Gebäude. Wenn er eh schon drauf geht und die Betäubung gar nicht nutzen kann, um ihn voll ohne Kill zu geben, weil er sofort retweeten muss das alles Schwachsinn. Bedenke gegen bessere Spieler funktionieren Nades nicht so einwandfrei. Der Typ weicht aus, die passen auf und er fragt mich nicht, warum da ein Gegner Outpost auf Sprit hat und jetzt T1-T2 spielt. So ein Trottel. T1-T2 ist eine klassische Low-Fool-Taktik, wo man mit Pucks die AT-Schwäche ausgleicht und nicht auf T3 oder T4 geht, um da AT zu kriegen. Da brauche ich keinen Outpost auf den Sprit. Der fladdert doch sicher, oder? Was macht der? Wie fladert er? Ja, der hat 90 Sprit. Die kann er überhaupt nicht ausgeben. Er hat überhaupt keine Main-Infantrie anständig auf dem Feld. Da ein bisschen Volks da. Wozu wett? Also, der braucht die Armee-Einheiten. Der braucht die Armee-Einheiten, die kriegt er nicht mit dem blöden Kampfkraftzentrum. Und die kriegt er auch nicht mit diesem scheiß Outpost, der ihm bloß Manpower gekostet hat, die überhaupt nichts bringt mit seiner Spielweise. Das ist kompletter Bullshit. Bedenke halt, jetzt hast du noch Bars gebracht, ja. Das ist dann schon langsam auch ausreichend Man-Infantrie auf dem Feld. Aber früher Nades, dann spar dir dieses Outpost, hol dafür lieber noch einen Rifle-Squad, dann kriegst du vorhin keinen Voll-Uniker und kannst anständig kämpfen dir die Hälfte der Map sichern. Was passiert denn, wenn du so einen frühen Outpost bringst? Da gegnern dir die beiden Fünfer-Spritte in der Mitte sind. Dann hat er plus 10. Ähm, du kannst ihn nicht kriegen, wenn dir das eine Man-Infantrie-Squad fehlt, das in dem Outpost drinsteckt. Du musst dafür einen Outpost bauen. Der bringt dir aber bloß plus 8. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Du verlierst Map-Control, damit verlierst du auch Pop-Cap. Ähm, bloß wegen diesem blöden Outpost. Du könntest den Sprit auch problemlos in der Mitte sichern. Vor allem als Army kannst du den gegen Wehrmacht super sichern. Hier oben weg da gegen MP40 ist der Selbstmord. Ja, Vollionic-Kill. Weg da mit den anderen Rifles. Du kommst niemals aus der Suppression hier raus. Ja, Gegner zieht zurück. Wolltest nicht wissen, muss Hälfte sofort zurückziehen müssen. Ne, das ist Unsinn mit dem Outpost. Und wenn du einen Outpost bringst, dann jetzt baust du T3 viel zu spät für T3. Es kommt ja alles nicht mehr früh, was da rauskommt. Ne, das ist Unsinn. Wenn du Infantrie-Upgrades machst, Nates, Nates, Bars oder beides, dann würde ich auf T3 sowieso verzichten. Denn alles, was aus T3 kommt, vor allem der T17, absolute Early-Gamer. Das heißt, wenn die nicht ganz früh kommen, dann bringen sie es einfach nicht mehr. Glaub mir, ich habe schon mindestens 30, 40 Matches gesehen, wo der um Minute 10, 12, 13 noch einen M8 brachte. Die haben sich alle nicht rentiert, die so späten einen M8 oder T17. Alle nicht. Da ist Pack da. Da ist Pack da, da sind Shreks da, da kannst du nichts mehr machen. Ja, Gegner, der Noob, geht in den Haus rein, wenn er weißt, du hast Nates. Toll mit allem gleich. Wird trotzdem nicht lustig, der Kampf hier. Ja, Gegner gibt Wett her, so ein Noob, wenn ich Outpost auf dem Sprit mache, dann gebe ich nicht Wett her, sondern dann gehe ich auf Panzer, weil wenn ich, wenn ich das mache, um Wett herzugeben, dann fehlt es mir an meinen Infanterie. Also ich kriege da dann zwar sehr viel, sehr schnell Sprit, um Wett zu bringen, aber ich habe nicht die Einheiten auf dem Feld und Wett auch zu nutzen. Deshalb bringt es nichts, Outpost auf dem 10er Sprit zu haben, wenn ich Wettinfanterie gehe. Ja, der setzt sich abfertigen da. Ja, hab da, hab da mit deinen Rifles. Ja, du musst gar nicht erst in Suppression legen, um zu wissen, dass du diesen Kampf hier nicht gewinnst. Soll ich doch Feuer abhauen. Ja, Outpost auf eine 16 Munition hat er auch, aber das ist ja Unsinn. Für was gibt denn so viel Munition aus? Der flattet doch sicher auch, oder? Nee, er flattet nicht, wofür er das ausgegeben? Auch mit den einen Shrek. Okay, MP40. Ja, ist trotzdem Unsinn. Kein Outpost im so frühen Spiel. Der hat sich ja irgendwie um Minute 6 rum oder so gebaut, es ist zu früh. Wenn man, wenn man die anderen Munitionsdiepiele auf der Map, vor allem das neben der Base auch, dann braucht man keinen Outpost, man kriegt genug Munition. Es ist so viel da in der Mitte plus 10, oben, unten plus 10, die zweiten plus 16er, da braucht man keinen Outpost mehr. Du gibst jetzt aber Thompson her, bitte, wenn die Ranger, genau, gib Thompson her. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, seine Spielweise total verkorkst, die vielen Outposts kannst du vergessen, aber deine war auch nicht zu stark im Early. Da, der Outpost kam viel zu früh, der ist aber so oft, auf offenen Feld verkackt und, ähm, Folie ohne Kille gekriegt. Ist echt nicht nötig, und wenn du stattdessen die beiden Fünfer, äh, auf der mittleren Insel nimmst, dann kriegst du mehr als im Moment, du musst dafür keine Mampa ausgeben. Als Ami kannst du dir die auch holen. Ich sehe ein, wenn du sagst, oh, als Wehrmacht kann ich mich nicht anlegen mit den Amis auf offenen Feld. Klar, okay, da sehe ich vielleicht einen Outposts noch eher ein, wenn du noch auf T3 gehst oder so. Aber, ja, schmeiß Nate, du bist gleich suppressed, vielleicht kannst du noch Nate werfen. Schmeißes, ja, jetzt bist du suppressed, weg da, weg da, es werden bloß horrende Verluste da, ohne Deckung. Jawohl, rausgeballert, schöner Flankangriff, überhaupt, der Flankangriff vorne war auch schön, wenn noch etwas gewagt, wenn noch etwas gewagt, aber der war jetzt sehr schön, Gegner bringt, Wett 2, ja, das ist genau das, was ich ihm gesagt habe, was ich sage, dass das hier Bullshit ist, Outposts auf 10er Spritzebaum, schnelles Wett zu kriegen, überhaupt keine Mania-Vertriebe auf dem Feld, ein Grand Squad, dass er vielleicht da noch Full Unicle kriegt, ein Grand Squad, da nützt mir doch Wett überhaupt nichts, da greide ich eine Einheit ab. LMG liegen lassen, nicht holen, nicht holen, nicht weiter vorlaufen, ja, kannst du leider nicht holen, das LMG. Ja, wie ich es gesagt habe, der hat bloß 1 Quad, das anständig von Wett 2 profitiert, wird zwar konzentriert, an der Manpower 50 Sprit, ich gebe das nicht aus, wenn ich dafür nicht auch anständig Gegenwert kriege, und wenn ich aber ein Squad habe, dann steigt gerade mal die Kampfkraft, eines Quats ein bisschen, das ist doch nicht wert. Lass das mit in dem Genest, dann die Bautmann nicht, Baustelle des Rifles viel sinnvoller, weiß die Dinger, können nur in eine Richtung schießen, ist alles Schwachsinn, bewege die Kräfte, sind viel besser, und es steht da, ich das Ding, hier kann der Gegner easy mit Pack kaputt schießen, dann hat es überhaupt nichts gebracht, mit Riflesport kannst du aber jederzeit agieren, und reagieren, die Dinger kriegen Wett, man stachelt die Ranger nicht auf, wenn du nicht im Kampf bist, jetzt bist du nämlich eh ein gefundenes Fressen, zum Glück nutzt, der Gegner das nicht für Granatensturm, zum Glück hat der Gegner das nicht genutzt, dass du voller Marsch warst, mit dem Relax, nach dem Aufstacheln, wenn du den Gegner das nutzt, hast du ein Problem, für Blitzgranaten, kannst du ja auch schnell ausweichen, musst sofort retreaten dann, ja, was geht da oben los, der knallt, ja, jetzt hat er auch noch Wett 3 gebracht, ja, überhaupt keine Main-Infantrie auf dem Feld, überhaupt keine Main-Infantrie, was bringt ihm da denn Wett 3, baut jetzt zumindest mal, Grand Cesar Noob, ja, das baut auch Grand Super, aber, wenn er jetzt sofort auf Wett 3 techt, und keine Einheiten auf dem Feld hat, dann hat er verloren, bis er Wett 3-Infantrie hat, ja, dann ist alles dicht mit Minen, und MGs, und, vielleicht schon Sherman da, dann reißt es die nicht mehr raus, was die Piggy ist, das muss man kontinuierlich, schön langsam durchtechnen, immer wieder Grands bauen, erstmal Wett 1, Wett 1, so, wenn man ein oder zwei Grand Squads hat, dann Wett 2, wenn man drei Grand Squads hat, und wenn man vier, fünf, sechs hat, dann mal Wett 3, so, aber nicht so wie er, ein Main-Infantrie-Squad aufs Feld, dann Wett 3 techt, so dass man in den nächsten vier Minuten, überhaupt keine Kampfeinheiten neu bauen kann, dann verkackt man natürlich, auf offene Feld verliert die gesamte Map Control, da braucht man sich später nicht mehr wundern, wenn man ihre Probleme hat, da durchzukommen. Dein Outpost war so früh, dass es dir normales Early kosten muss, aber schöne Flankierungsaktionen von dir, auf das erste AMG, und dann auch schöne, auf das zweite AMG, gut getimed auch, plus der zweite war nicht so exakt getimed, aber pass auf, wenn du, wenn du so einen frühen Outpost baust, dann hat der Gegner oft ein Main-Infantrie-Squad mehr auf dem Feld, so dass du, dass deine Flankierungsaktionen gefährlich sind. Der Gegner hat einfach zwei Volksworter, und der HMG des 1 deiner Squads da pressen, und du musst 1 deiner Squads gegen zwei Volksrande schaffst nicht. Dann musst du Flankierungsaktionen auch dazu schicken, aber so ein früher Outpost ist für den Hund. Eben 1,1,3, zwei, eher noch drei, ähm, ähm, Man-Infantrie-Squads, bevor du einen Outpost baust. Sonst verkackst du einfach so early zu, krass, der Gegner kriegt die gesamte Map-Control, kann Sandstrecke und Wire hochziehen, so dass du auch später mit deiner Man-Infantrie nicht mehr ankommst, kann Minen legen, kriegt die gesamte Map-Control, kann dann viel schneller technen, so dass dir deinem Outpost im Endeffekt nix bringt, weil der Gegner kriegt einfach die offenen Depots, ähm, die beiden Fünfer kriegt der Gegner, und dann hast du im Endeffekt mit deinem Plus 18 immer noch weniger als der Gegner mit seinem Plus 10 und Plus 2 mal 5, verstehst? Hol dir lieber die Map-Control anstatt zu früh, ähm, für Outpost auszugeben, wenn Sprit da ist, den du kostenlos kriegen kannst. Was bauen jetzt nochmal, Grand Squad? Ja, du gehst gegen seine 10er Sprit vor, das ist genau das Richtige in der Situation, naja, richtig, mach genau das, aber schick noch mehr Truppen dazu, genau, legen Minen, die Rifles hättest du auch nach oben schicken müssen, Reinforcen ab nach oben, du hast ja FHQ gebaut, ähm, aber da muss nochmal jetzt da ein ordentlicher Angriff von da oben kommen. Es gibt ja, auf der Map gibt's ja Stellen, wo du in die Base reinkommst, ähm, mit Infanterie-Rangern, ohne in die HMG-VL-Bereiche zu kommen, nämlich, klick den Bunker an, den oberen, den kannst du auf beiden Seiten umgehen, also den Base-Angriff führen. Aber jetzt bräuchte du halt oben mehr Truppen, um gegen LMG Wett 3 Grands klar zu kommen. Jetzt brauchst du Puck, du hast Wett 3 jetzt gesehen, brich sofort die Puck ab, bau dir einen M8, der kommt was auch spät, aber du kommst gegen die Wett 3 Infanterie nicht mehr an, nicht mehr anders klar. Ja, schau mal, verdammte Scheiße, zwei Nades und Wett 3, er hat nur einen Mann verloren. Jetzt kriegt vielleicht noch Voliunikil auf dem Retreat. Weißt du, ja, jetzt hast du einen Voliunikil, kriegt einen, was schließt du jetzt aus diesem Kampf hier, mit Infanterie geht's nicht weiter. Toll, die Packer sind voll für den Arschgebau, zieht sofort T4 hoch, hol den Charmin Krokodil. Hol den Charmin Krokodil und normalen Charmin. Weißt du, AT hast du mit Infanterie-Rangern schon ausreichend. Ja, unten passiert jetzt wahrscheinlich genau das, was ich dir gesagt habe, nämlich der Gegner kommt mit der Pack, man kann ja dann im Genest kaputt schießen. Ja, aber der möglicherweise, der Typ in Reichweite, nee, ist er nicht. Ja, es passiert genau das, was ich dir gesagt habe, genau, das muss auch so passieren. Das einzige, was im Idealfall jetzt noch ist, da ist ein HMG dabei oder Grants, die nicht zulassen, dass deine Flame-Up-Piles die Pack holen. Dann verlierst du deine HMG-Nest und kannst überhaupt nichts dagegen machen, dass der Gegner das hier nicht beschützt. Seine Pack, äh, sind Vollnoob. Aber dein HMG-Nest bringt gar nichts. Da läuft der Gegner nicht einmal rein. Ja, jetzt hat er seine Pack verloren, aber die bemannt er wieder. Dann schießt er ein HMG-Nest kaputt. Das Ding hat fast so viel gekostet wie mit dem Ralf Squad und auch noch Sprit. Was willst du mit deiner Pack jetzt machen? Baut die vier. Baut die vier oder baut er zumindest eine M8. Gegenwehr 3-Infantrie. Hast echt ein Problem. Gegner hat natürlich VP-Pressure ohne Ende. Gegner hat VP-Pressure ohne Ende. Muss jetzt klarkommen, muss vor allem mal die Pack-Bärme an, damit er dein HMG-Nest kaputt schießen kann. Der ist nämlich hier scheinbar außerhalb der Schreck, äh, der ist nicht außerhalb der Schreck-Reichweite. Aber wenn der Gegner hier lang wartet, dann verliert er allein schon das Spiel. Ja, mit einer Pack-Azio-Aptics-Wachen M8 wäre die Turbo-Lösung gewesen. Schnell viel Kampfkraft aufs Feld, die die nicht so einfach kontern können, da sie auch auf LMG gegangen sind. Was hast du jetzt? Off-Map? Ja, das ist in Ordnung so, aber ich hätte sie weiter hinten hingelegt. Gegner weicht nicht aus. Ja, wird jetzt ordentlich. Treffer kassieren. Komm, der Nächste sitzt. Ja, zwar haben wir ins Wasser. Scheiße, aber der Nächste sitzt. Jawohl. Einvoll-Uni-Kill. Gegner muss retweeten. Ja, genau das, was ich sage. Jetzt hat er zwar Wett-3, aber der hatte so lange keine Kampfkraft auf dem Feld, dass er seinen Nachteil an Map-Control, die er verloren hat, nicht mehr ausgleichen kann. Das ist ein bisschen Schwachsinn, Outposts zu bauen, wenn man THC-2-Wett spielen will. Das Bullshit. Und dieser andere Outpost auf die 16-Motion war auch Bullshit. Und dein früher Outposts war auch leider falsch. Deshalb hätte es fast early komplett verloren. Holen lieber die Depots. Nochmal Thompson, ja. Okay. Wie klar, aber auf Dauer kannst du so, wenn der Gegner jetzt die Siegmacht nochmal kriegst, dann kannst du Wett-3 auf Dauer mit Infanterie nicht kontern, gell? Dann brauchst du entweder WSC mit Sniper. Also zwei Sniper, das ist ein ganz guter Konter gegen Wett-3-Infand. Die braucht zwar viel Babysitting, aber es gibt meiner Ansicht nach, hey, die packst du es heute aber gut gegen Infanterie. Ähm. Es gibt auf Dauer keinen besseren Konter, wenn du mich fragst. Äh, was hast du denn sonst noch? Rifles mit Bar. Verkacken gegen Wett-3-Infand. Dermaßen, das hast du nicht erlebt. Also sonst noch Panzer, ja, Wett-3, kommt ja nicht allein, sondern sind im Regelfall Packs dabei und, äh, die haben ja auch Schwächster ein bisschen. Konter mit Panzer nie so einfach. Schön, die hast du Pack ausgeschaltet. Die Nate war für den Arsch, aber da kriegst du schon Nächte. Schön, die Gräns. Schön, das wird ein Volionicill, hopp, die will ein Volionicill. Jawohl, Volionicill. Ja, das ist einfach, Gegner hat zu wenig meine Infanterie. Er hat, äh, dieser Wett-3 war voll für den Arsch und er setzt der LMG auf Long Range ein, dieser Loop. Diese Short-Range-Waffe. Na, auf Short-Range ran, dieser Trottel. Auf Long Range, ähm, das dürfte hier fast noch Long Range sein, verkackt er damit nur. Ja, und wenn er mit einem Sport angreift und du in Munition schwimmst, gibt's natürlich Bar Suppression Fire, was vollkommen richtig war von dir. Ja, das Spiel ist jetzt vorbei. Meiner Gegner hat halt diesen Wett-3-Scheiß durchgezogen, ohne anständig meine Infanterie-Vorheuer zu bauen. Und jetzt klar, zu wenig Kampfkraft hat, um dann zurückzukommen. Bei dir der Outpost war falsch, der passt er ehrlich verkackt und Vollionickel gekriegt, nur durch gute Flankierungsmanöver, wie du's auch gemacht hast, auch wenn mir das erste bisschen zu gewagt war, da der Gegner ja normalerweise zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt, äh, ein Menem von dir Squad mehr auf dem Feld hat. Kann diese Flankierungsaktion Eftel misslingen, dann auf Nates zur Technik von nicht Bullshit, wenn du Outpost auf Sprit hast, was, der Outpost auf Sprit war zu diesem Zeitpunkt falsch. Nach dem zweiten, besser nach dem dritten Squad. Und wenn du ihn baust, dann gehst du mir nicht auf Infanterie-Upgrades, weil dann kriegst du mehr Sprit als der Gegner. Also du baust ihn sowieso später, nach dem dritten Squad, und wenn du ihn baust, dann holst du dir keinen Infanterie-Upgrade, sondern gehst du auf T4 oder ganz früh als T3. Ich würde Leuten, die mit dem T17 spielen, würde ich sowieso Outpost auf der Map empfehlen, aber erst nach dem dritten, nach dem zweiten oder dritten Squad. Ja, damit der T17 so früh kommt, dass der Gegner wirklich gar keinen Shrek und gar keine Pack dagegen hat, weil der T17 so anfällig, wenn der Gegner irgendeinen Shrek oder Pack hat, dann ist man gut schon im Arsch. Deshalb würde ich Leuten, die mit T17 spielen, grundsätzlich Outpost empfehlen und Leute, die ohne T17 spielen wie du, aber nicht Nades bringen. Wozu gehst du denn so viel Sprit? Damit du auf blöde Nades gehen kannst, ne Mann, wenn du viel Sprit kriegst, musst du was bauen oder was machen, was auch viel Sprit braucht. Das heißt, entweder T4 oder ganz früh als T3, aber nicht Infanterie-Upgrades. Er steht dir sogar im Wege. Er steht dir sogar im Wege, wenn du Nades oder Bars bringst. Da du wenig Man-Infanterie-Squads hast, da du eben den Outpost geballert, also wahrscheinlich eins weniger, profitieren weniger Einheiten von Infanterie-Upgrades. Ist klar, oder? Weniger Infanterie, die davon profitiert, im Endeffekt kriegst du weniger für dein Geld. Deshalb nicht Infanterie-Upgrades, wenn du im Early einen Outpost auf Sprit gebracht hast. Das ist super optimal, verstehst du ja, oder? Es ist ja wohl ein Unterschied, ob du, ähm, ob du drei Rifle-Squads hast, die Bar kriegen, oder nur zwei, die Bar kriegen. Ja, dann hat die Bar, ähm, hat im Endeffekt weniger gebracht und gleich viel gekostet. Logo. Deshalb eher Fahrzeuge bringen mit so einer Spielweise, ja? Nicht die Einheiten, von denen du zu wenig hast, dann noch upgraden. Bringst lieber neue Einheiten, die dann durch viel Sprit erst möglich werden. Sherman, T17, wie du willst. Auch M8 ist ja auch möglich. Aber, das war widersinnig von dir. T3 nachzuschieben ist Unsinn. T3 nachzuschieben ist Unsinn. Ähm, bei so einer viel Sprit-Spielweise, wie du sie offensichtlich abziehen wolltest, ähm, ist spätes T3-Schwachsinn. Dann baust du gleich T4, du hast den Sprit. Schau, du schwammst es auch in über 330 Sprit, ähm, das T3 nachzuschieben für den Hund. Außerdem hattest du mit zwei Impfern die Rangern genug AT-Fähigkeit und, ähm, du hast sie packt. Zu einem Zeitpunkt hast du sie noch fertiggestellt, als du es gesehen hast, der Gegner hat Wett 3. Dann ist klar, der Gegner hat 150 Sprit rausgeschmissen für Wettstufen. Der hat nix mehr. Außerdem, er hat nix mehr, er kann ja gar keine großen Fahrzeuge bringen und zweitens wäre es auch vollkommen unlogisch, vom Gegner nach Wett 3 sofort da Fahrzeuge zu geringen, weil dann hat er Wett 3 erforscht und hat, ähm, dadurch logischerweise zu wenig Infantie auf dem Feld. Dann muss er eigentlich die Einheit jetzt auch bauen, die er abgegradet hat. Logo. Er muss die Einheit bringen, die er abgegradet hat. Deshalb ist es extrem unwahrscheinlich, dass da Fahrzeuge kommen. Und wenn ein Half-Track aus T2 kommt, super, du hast Infantie-Ranger, ja, selbst wenn Puma kommt, kommst du mit dem, mit der Infantie-Ranger problemlos zurecht, sogar besser als mit Puck. Deshalb war die Puck fertig zu nehmen in dem Zeitpunkt vollkommener Unsinn. M8 hätte viel besser geholfen, kite die Shracks, der Gegner ist auf massiv LMG gegangen. Dagegen ist der M8 super, auch der T17 wäre gut gewesen in dem Zeitpunkt. Aber T3 nachzuschieben war generell eher falsch, weil die leichten Fahrzeuge, die so um Minute 9, 10, 11, 12 kommen, sind alle nicht mehr stark, ja. Ein früherer M8 kommt um Minute 7, kriegt so 13, 14, 15 Kills und hat dann auch, ähm, muss, muss dir ermöglichen, viel Map-Control zu holen und hat dann seinen Zweck auch erfüllt, ja. Im Late-Game ist der vor allem gegen Wehrmacht und du spielst ja hier gegen Wehrmacht nicht mehr sinnvoll. Ähm, ein Abgang Puma, den kann er nicht anständig jagen, der bleibt nur stehen, dann ist der Kampf ausgeglichen, Stug nicht anständig, wenn es supported wird und von dem ganzen T4-Zeug würde ich gar nicht erst reden, deshalb hat der Greyhound dann auch, ähm, wenn Wett 3 da ist, hat der Greyhound irgendwann seine Aufgabe erfüllt, dann taugt er eher noch zum Minen legen und vielleicht, um mit Tank-Doktrin irgendwo die Post einzunehmen am Arsch der Map, wenn man dann, ähm, das, ähm, diese Fähigkeit hat, dass Sektoren sichern mit leichten Fahrzeugen, dann taugt der Greyhound noch für solche Operationen. Er ist auch dann auch sehr stark, aber in der Front kann sie dann nicht mehr einsetzen, meiner Ansicht nach. Irgendwann, irgendwann ist es vorbei mit dem M8. Die halten einfach zu wenig aus und Schadenspotenzial zu niedrig gehen, dagegen nur mit P4 und greift man sofort am Arsch. Ne, also, man muss auch denken, das HMG, das man auf den M8 draufschrauben kann, wirkt nur gegen Wett 0 Infanterie und gegen die P-Infanterie ordentlich, gegen Wett 2 Main Infanterie der Wehrmacht, ähm, die Infanterie Elite-Rüstung haben, richtet das HMG nur noch ein Drittel des Schadens an, als auf, wie auf Wett 0, deshalb ist es einfach nicht mehr sinnvoll. Dann braucht die schweren Panzerschirmen, wo die Hauptfeuerkraft im Main, im Main-Geschütz drin liegt, also im Hauptgeschütz, äh, mit der kannst du dann noch viel Schaden machen, aber die späten, leichten Fahrzeuge bringen nichts, deshalb hättest du dir die 3 hier auch sparen können. Du hattest Infanterie Ranger, damit kommst du bei einem Wett 3 Spieler locker, lockerst, bis Minute 30 ungefähr, 25, 30, kommst du klar. Ja, was kann er denn bringen? Vielleicht bringt er einen frühen Ostwind, dagegen kommst du mit Infanterie Ranger noch an, ähm, und in deiner Situation wäre es viel sinnvoller gewesen, statt auf T3, auf T4 zu gehen, dann hättest du zu dem Zeitpunkt jetzt auch schon Zugriff auf, Hellcat oder M10, sodass dir T4 das Wehrmacht, was auch nicht mehr viel ausmacht. Während T3 jetzt mittlerweile nutzlos ist, weil die Fahrzeuge, die da rauskommen, einfach zu schwach sind gegen Wett 3 Infanterie und Pucks. Und selber Pucks brauchst du nicht, wenn du so viel Sprit kriegst und die Option hast, auf schnelles T4 zu gehen. Also alles ein bisschen seltsam bei dir, ja, auf Infanterie Upgrades zu gehen mit dem frühen Outpost ist Unsinn, weil du dann wenig Infanterie hast, die von den Upgrades profitiert. Outpost so früh zu bauen war Schwachsinn, ähm, T3 nachzuschieben war eigentlich falsch. T3 nachzuschieben war falsch. Über das FAQ in der Mitte kann man streiten, wohl nicht ganz falsch. Schöne Flankierungsoperationen, der Vollunikill im Early wäre zu vermeiden gewesen. Mh, nach meinem Geschmack dürftest du ein paar Minen legen. Ein paar Minen legen ist sicher nicht schlecht. Das HMG-Nest war auf den Arsch. Das ist auch vollkommen klar, dass das HMG-Nest für den Arsch ist. Die Dinger lohnen sich nie, kauft ihr dafür Rifles. Die sind mobil, flexibel, mit denen kannst du operieren, überall angreifen und sie kosten ungefähr dasselbe, ohne Sprit. Während dieses Ding hier bloß vom Pack kaputt geschossen wird. Das habe ich dir gesagt. Da muss nicht mal Pack da sein, kann auch Mörser da sein oder es wird mal umgangen und dann sofort Feierabend. Das ist nicht kugelfest. Deshalb würde ich das Ding nicht empfehlen. Egal in welcher Situation. Lass das. Also ich hätte jetzt eher T4 von dir lieber gesehen. Was du als Infantry-Ranger-Spieler mit Infantry-Kompanie hast du zwar schon irgendwann oft die Nötigkeit, dass du noch T3 nachbaust für Pucks, weil du Probleme hast gegen Panther und so weiter mit deinen Shermans, aber wenn du jetzt auf T4 anstatt T3 gegangen wärst, wärst du mit M10 und der ja auch stärker geworden ist, der M10 und Sherman in der Lage, T4 des Wehrmachters einigermaßen abzuwählen. Erst wenn der Hardcore-Panzer spammt, dann brauchst du noch ein nachgeschrubbenes T3 für Puck, ansonsten nicht. Oder du brauchst auch gar keinen T3, wenn du einfach Off-Map-Group nimmst und da ordentlich Pucks kriegst. Einmal, dann brauchst du auch kein nachgeschrubbenes T3, wenn du auf die Dinge aufpasst. Die W3-Infantrie ist hart zu kontern. Der Einzige, warum es hier nicht hart zu kontern war, also eigentlich war es schon hart zu kontern, du hast hier oben diesen Kampf verloren, da hättest du auch die Rifle-Squads und die in der Mitte, die hättest du hinschicken müssen, wenn du so einen Angriff führst auf den absoluten Showpunkt des Feindes, der 10er-Sprit. Das ist der wichtigste Sektor für den Feind. Der Feind wird den verteidigen und zwar mit allem, was er hat. Da kannst du nicht mit der Hälfte angreifen, da muss alles hin, weil du diesen Kampf gewinnen musst, ja? Klar, schick alles hin. Wenn du wichtige Punkte angreifst, wichtige Schlachten, sonst hast du in den Krieg gekämpft, unten hast du dich mal mit diesem Halm-Genest und mit den Minen verbunken, ist klar, da unten greifst du nicht an. Das heißt, du musstest oben angreifen und dann greifst du mit allem an. Aber mit allem, da bleibt nichts zu Hause. Und du kannst auch ruhig Minen legen mit den Rifles. Du bist Infanterie-Kompanie, die können das. Aber so einen Angriff führst du mit allem. Nicht anders. Gute Konter gegen Wett, drei Grands. Calliope ist ein passabler Konter. Habt man natürlich immer das Sichtproblem, aber ich bin mittlerweile auf dem Trip, ich baue mir immer Hellcats. Fahr in passenden Situationen weit nach vorne, also wenn der Gegner mal kurz zurückgeschlagen ist, tarn mich da. Da habe ich so drei Dinger, drei Hellcats getarnt in der ersten Linie vorne. Die sorgen für sich, dass mein Calliope und meine Sniper von hinten ordentlich rausschießen können, ohne in Gefahr zu kommen. Und falls der Gegner mal Königstiger oder Tiger oder so kriegt, dann habe ich mit den Hellcats jederzeit den Ambush. Wenn der Tiger durchfährt, befehle ich zwei Hellcats aus der Tarnung zu schießen, dann ist der schon auf 50% runter, dann macht die eine Calli-Salve fertig oder eine Pack von hinten. Deshalb, das ist ein ganz passabler Konter gegen Wett-3 Grands, finde ich. Überhaupt Doppelsniper, sehr guter Konter gegen Wett-3 Grands, braucht halt viel Babysitting, aber mein Gott, wenn man schon zugelassen hat, wenn man so dumm war, dem Gegner bei ordentlichem Man-Infantrie-Einsatz auch noch die Möglichkeit geben, auf Wett-3 zu gehen, dann muss man halt in Kauf nehmen, dass der Konter gegen Wett-3 sehr mikroaufwendig ist. Also, dann sind die Leute auch selber schon, wenn sie sich dann aufregen. Deshalb sollte man das Spiel gegen Wett-Macht, wie ich eingangs erwähnt habe, bis in späte Mitgaben entscheiden, weil sonst holt einen gegen die Wett-Infantrie und später auch gegen die Wett-Panzer, holt einen einfach der Teufel, ja. Das kann man kaum noch kontern. Gegner hat zu viele Outposts gebaut, Gegner hat falsch geteckt, für die 1-2-Wett baue ich doch keinen Outpost auf den 10er Sprit. Und bei so viel Munition auf der Map baue ich keinen Outpost auf eine 16er Munition, da baue ich gar keinen Outpost. Da gibt es genug Ressourcen so. Das war sein Fanal, dass er diesen Outpost auf den 10er Sprit gebaut hat, denn dadurch hat der Trottel so schnell gewettet, dass ihm die 600 Manpower, die in den Wettstufen drin lagen, hat er nicht auf dem Feld gehabt, den gestalt von 2 Grand Squats und dadurch hat er die gesamte Map-Control verloren, bei den ganzen Siegmarken hat er verloren, sodass ihm jetzt von den VPs ja nicht mehr die Zeit blieb, Wett 3 so auszuschöpfen, dass er die Map-Control wiedergekriegt hätte. Das war komplett aus Schwachsinn, so schnell auf Wett zu gehen, dann spart er auch noch den Outpost, da hat er sogar 3 Grand Squats mehr auf dem Feld. Und vernünftiges Wett-Teaching, sodass, ähm, vernünftiges Wett-Teaching, sodass, ähm, man die Map-Control nicht verliert, während man hochwettet. Das war sein Fehler. Du hast ein ganz Passau gespielt, per Packwalt für den Ausch auch und die Fehler, die ich dir schon erwähnt habe. Also insgesamt war schon ganz gut. Sehr gut gefahren, mit deinem Flankierungsmanöver ausgezeichnet. Als Erster war ein bisschen gewagt, aber hätte wohl so auch funktioniert, bloß bei deinem Start musst du halt auch bei Flankierungsmanöver, also mit diesem komischen frühen Outpost hier, musst du halt bei Flankierungsmanöver aufpassen, und der Gegner wird mehr da haben. Der Gegner wird mehr da haben als du, weil er diesen Outpost nicht gebaut hat. Also der hier hatte ihn wahrscheinlich auch schon gebaut oder so, aber davon kann es nicht ausgehen. Der Gegner hat dann ein Erfolgsgeword mehr auf dem Feld. Dein Flankierungsmanöver, selbst wenn du das HMG ausschalten kannst, ist immer noch sehr gewagt, weil du dann immer noch gegen zwei Erfolgsgewords ran musst und ran musst mit deinen zwei Rifles und der Gegner hat wahrscheinlich eins deines Squats suppressed. Deshalb ist der Kampf dann immer noch sehr schwer für dich. Deshalb lasst du Sparte in den Frühen Outpost, der behindert dich nur daran, Map-Control zu kriegen. Wenn du stattdessen die On-Map-2-5er-Depots holst, kriegst du im Endeffekt mehr, muss keine Member-Power dafür ausgehen. Ami ist das auch locker drin, weil du eh mehr Map-Control hast, als die Wehrmacht in der ersten Hälfte des Spiels. So sollte es zumindest sein. Gut, ja, die Doktrin ist in Ordnung. Die Tech-Reihenfolge ist auch in Ordnung. Also die Doktrin-Technik. Gut, das war's. Wir sind... Wir sind die Doktrin-Technik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Buchório Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ......